Ja, das ist schon komisch, ne? Das ist schon... Das ist ja auch jetzt so vor allem öffentlich. Palzi, warst du in der Kantine? Ja. Was gab's? Chewabchichi. Mit Sanziki. Sanziki? Ja. Palzi, nimm deine Hand von meinem Arsch. Was hast du gegessen? Chewabchichi. Zanziki. Zanziki mit Chewabchichi, richtig schön. Zanziki. Ja, Palzi! Nee, echt nicht. Ich muss lachen. Zanziki mit Chewabchichi. Zanziki mit Chewabchichi. Zanziki mit CheWabchichi. Zanziki mit Chewabchichi. Aber... Zanziki... Was ist denn? Wieso ein Pferd steht denn vor mir? Weiß ich, was du in der Kantine? Ja. Was gab's? Chebabchichi mit Sanziki. Das war jetzt nicht so. Du laufst doch weg und sag ich. Du darfst doch nicht lachen. Ich hör doch da auch immer so ein Kuchen zu. Und nicht vorher. Nee, Wahnsinn. Nee. Ehrlich, so nicht. Die Outtakes haben wir da schneiden. Sie sind der Meinung, das war. Ich kann nicht mehr. Ohne Scheiß, der war aber jetzt vom Ganzen her am besten. Echt? Ja. Nee, was ihr davor gemacht habt, das fand ich ganz toll. Das war alles Gutes. Wir haben ja auch gehofft, dass das was wir... ... ...